also derzeit fein und mit gold so diesen level haben immer gespielt dass ich es getestet habe aber ich habe gleich begeisterung fürs game so wir können wieder das nehmen da oben fangen einmal gas geben hier kommen kommen nicht schlafen so hier hier es muss weg das muss weg hier haben wir was hier nicht also noch mal gas hier das hammer wie sieht es mit loch aus das geht nicht 60 das kann man weg das kann man weg das ist das dann muss ich zweimal weg da muss eine kraft die kräftige wolke hier organisieren das kann man upgraden oder was das ist interessant kann man das abführen 50 essen und 20 dann hätte ich am dritten das machen wir auch gleich so was können wir hier bauen essen oder sägemühle also ich sage mal bauen wir eine sägemühle denn essen krieger von den komischen busch da ist das mit sicherheit wichtiger wie kriege das da so muss rein regeln busch loch 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 hier geht nichts weiter so dreimal darüber ihr holzt jetzt die ganze bude absichst jetzt kommen drei hin richtig praktisch immer gleich wieder nachschub da kann einer hin das loch kann nicht weg so hier nur drei zack 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 immer gehen wir eine turbo booster rein jungs mir rennt die zeit davon hier die zeit gefällt mir die benutzen mich am anfang hier sogar so da nur einer neues holz was ist mit dem wieso so hat den turbo rein leute haut den turbo rein mir rennt die zeit davon das ist ein problem 120 jährchen essen gegen 100 geld das geht so was brauchen wir ich brauchen wir was brauchen wir müssen das da reparieren das loch können das können wir pop 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 gas jungs auf den turbo rein so was ist mit dir der braucht 50 euro ok was können wir hier machen auf der anderen seite machen was halt weil es wurscht ist So, ein bisschen Holz gönnen wir uns noch. Hier ist auch Holz. Da krieg ich denn meinen Honor her? Von ihm krieg ich Honor, ne? Genau, da brauchen wir aber viel Essen. Das heißt, Dali, Dali hier. Geh mal, geh mal. Turbo rein da. Oh, ich krieg hier nie Gold, Leute. Ich krieg hier nie Gold. Ja, ich bin weit weg, Neo. Ah, schweiz. So. Das können wir abregnen. Das, ah, scheiße, das können wir auch abregnen. Bitte das ausnehmen. Wir müssen das Loch da weg. Oh, ich komm grad nicht vorwärts. Der will 30,50 so ein... Ach, so ein Zeug. Warte mal, das können wir machen. So, jetzt geben die richtig Gas. Das läuft, das läuft. Den können wir machen. Hier holen wir uns noch Futter. So, gleich können wir den machen. Dann krieg ich das da hinten und kann diese blöde Stiegel... Na, komm. Hallo? Ach so, den muss ich zuerst. Die Reihenfolge war nicht so ganz korrekt. Es wird schon ein bisschen komplex hier. So, das können wir übrigens nehmen. Oh, Tante. Hast du deinen Freund da geholt? Das ist gut. Alter, ich krieg nie Gold hier. Nie im Leben. Nein, nie im Leben. So, Loch aufmachen... Äh, zumachen. Nicht aufmachen. So, das holt man auch wieder ab. Oh, rennt doch ein bisschen. Wir haben es ehrlich. Das holt man wieder ab. Können wir das jetzt machen, endlich? Jawohl. Oh, das wird kein Gold. Das wird kein Gold, Leute. Ich will aber Gold. In Gold, geil. Wo bring ich das jetzt her? Das können wir machen. Das können wir machen, da. Ich weiß nicht, wo ich das so... Wir kriegen den Scheiß hier weg. Äh, das brauche ich einmal. Mach ich immer auch noch machen, schnell. Das macht sie immer. Die Stiege hier müssen wir reparieren. Oh, Scheiße. Ich brauche Holz. Fuck, ich brauche Holz. Oh. Jetzt kann ich gerade nichts machen. Ich brauche Holz. So. Ich brauche Scheiß Holz einfach. Rennt mal da runter, Jungs. Okay. Diesmal werden wir Silber ernten. Das wird so nichts. Ich weiß es. Das wird... Das wird Ihnen im Leben ausgehen. Hau mal in Turbo ein, Junge. So zur Not, falls wir das wieder brauchen. Und das nimmst du auch gleich. Jawohl. So, habe ich diese Superwolke jetzt. Jetzt können wir so etwas Strong-Dingsbums machen. Geht das jetzt? Nö. So geht das nicht. Wir kriegen das. Habe ich noch. Ach so. Okay. Haben wir noch Gold? Oh, Silber. F**k euch. Nein, das machen wir nur mal, weil... Da will ich jetzt auch geholt haben. Ich will einen Goldstern. Und den werde ich kriegen. Also diesmal weiß ich einfach, dass ich mehr Holz brauche. Jetzt geht man da ein bisschen Gas. Haben wir schon hingehen. So. Schön den Busch da pushen. So. Das kommt weg. Ach so. Scheiße. Das war der Falsche. Komm wieder her da. Äh. Busch. Holz. Das würde ich gerne abbilden hier. Aber das machen wir nachher. Da ist fast besser das da mal weg. Also hier kriege ich nur Gold hin. Das ist nicht das Problem. Da muss ich mir nicht so bemühen. Das geht. So. Hier machen wir Holz. Dalli, dalli, Leute. Ein bisschen den Turbo reinfetzen hier. Wir haben es heilig. Kein Zucker schlecken hier. Wir brauchen Futter. Gebt mir Maus. Und Futter. Und alles. Und sowieso. So. Dreimal. Schuhe. Gehen wir. Heide, 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 heide. Turbo reinfetzen. So. Jetzt flitzen sie wieder ein. So hier. So. Du gehst Erdbeeren pflücken. Du gehst hier hin. Du machst das hier. Du schaust blöd. Und du gehst Erdbeeren pflücken. Läuft. So. Runter da. Flitz, 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 flitz. Turbo rein. Und werdet ihr bezahlt fürs Blödschauen. So. Warte mal. So nebenbei könnte man mal das weg alles. Das geht auch noch. Erdbeeren pflücken. Hier Holz und so weiter. Das würde ich gerne mal weg. Aber das geht jetzt sowieso nicht. Das geht erst, wenn ich hier weiterkomme. Der Busch ist wieder da. Das können wir weg. Die Wolke pflickt. Das Loch wird zugemacht. Der läuft. Ich kann mich derzeit nicht beschweren. So. Hau da hin, Leute. Ich muss hier dann mal nachführen. Äh. Das können wir machen. Das können wir machen. Und das können wir machen. Turbo rein. Dass die Gas geben. Dann nehmen wir nur schnell einmal Holz. Was willst du? Das geht nicht. Da muss man zuerst das da. Deine Erdbeeren pflücken, Junge. So. Hier machen wir Futter. Rästchen für die ganze Partie hier. So. Jetzt aber Dali. Und schlafen. Ich kann nur immer nicht hier runter. Das ist ärgerlich. Loch zu machen. Was willst du? Viel essen. Das heißt hier dreimal laufen. Diesmal kriegen wir Gold. Ist ganz lustig irgendwie. So. Das haben wir. Zur Not gehen wir gleich nach. Haben wir genug Futter? Hammer. So. Das können wir auch machen. Komma, 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 Duto. Kommunista, die Puster. Und so weiter. Dale, dale, heute. Wir schlafen hier. So. Wir haben das. Das heißt, ich kriege das. Das können wir auch machen. Turbo. Jetzt flitzen sie. Na, läuft doch. Da haben wir das hin. Das nehmen wir sowieso. Die Erdbeere, die kriegst du auch. Wenn du brav warst. Loch stopfen. Läuft. So. So weit kommen wir mal klar. Das können wir auch holen hier. Ein bisschen mehr flitzen dürften die schon. So. Das nehmen wir. Was mache ich hier unten eigentlich? Das brauche ich eh nicht mehr. Wir könnten die Treppe mal machen. Halleluja. Aber ich bin schneller wie vorher. Bild ich mal jetzt einfach mal ein. So. Was kann man noch brauchen? Wir könnten jetzt noch ein bisschen Futter machen. Das muss man weg. Äh. Läuft. So. Das reparieren hier. Der will essen. Haben wir auch. Ja. Das läuft. Kann man das da machen. Na scheiße. Ich brauche Holz. Jungs. Holz. Nicht kommen wir. Nikadaka. Dikadaka. Dikadaka. Gibt es nichts. Holz. 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 Jawohl. Wir haben genug Holz vor der Hütte. Na genug ist relativ. Einer kann Erdbeere pflücken. So. Du schnappst du den Scheiß hier. Alle dreimal hier hin und das aber mit Dali Krawalli. Los geht die Paradee. So. Was muss man jetzt machen? Äh. Das kann nur einer machen. Diese Mistbrücke. Müsstet ihr uns hinkriegen. Warte mal. Ähm. So. Jetzt haben wir die. Vertreiben wir den Scheiß hier. Und wir haben es geschafft. Oder? Und ich habe mein Gold. Ja Gold ist dort schon was feines. Aber es ist schon ein bisschen schwieriger. Wir sind erst im fünften Level. Aber ich sage mal so. Silber sollten wir da auf jeden Fall hinkriegen. So schwach, dass ich mal nicht mal Silber schaffe. Das äh. Gut. Es gibt viele Level. Die Karte ist ein bisschen überladen. Finde ich. Also Punkt. Winsmartie. Aber okay. 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 So. Wir gehen zum Level 6. So. Da oben fangen wir an. Hier müssen wir einen Vergnügungspark bauen. Das sehe ich schon. Den Rollercoaster. Das nehmen wir mit. Äh. Das da. Warte mal. Äh. Das da kann ich noch nehmen. Die Wolfgang. Sonne. Oh Gott. Das dauert. Das kann man inzwischen weg hier. Futter. Das kann man weg. Was ist mit dir? Oh der braucht Honor. So. Hol das. Du holst das. Oh my gosh. Hier. Hier haben wir ein Puzzleteil. Das kann man holen. Die Erdbeere holen wir weg da. Weg da mit der Info diesen Weg. So einen Dritten würde ich gerne haben. Oh scheiße. Der braucht Honor für die Scheiße. Das ist nicht nett. So hol dabei Erdbeeren. Machen wir das muss auch weg. Erdbeeren. Das kann weg. Erdbeeren. Futter holen. Das holen. Kann man das machen hier. Nein. Scheiße. So was haben wir hier. Oh. Workers collect. Blablabla. Okay. Es gibt hier verschiedene Dinge was man aktivieren kann. Das müssen wir ein bisschen. Ja. Ich sage mal. Taktisch machen. Machen wir mal die Brücke hier. Ich brauche mehr Holz. Essen habe ich ja hier. Das ist okay. So jetzt kriegen wir mehr Essen hier. Wenn ihr das aktiviert habt. Zumindest noch mal kurz. Ja. Bringt mehr Essen. So. Hier bauen wir eine Sägemühle. Denn ich brauche scheiß Holz. Sonst kommen wir ja eh nicht weiter. Das können wir vertreiben hier. Eine Mine soll man auch bauen. Halleluja. Ich brauche Holz einfach. So. Wir nehmen das hier. Dann kriege ich mehr Holz. Für einen Mann. Und dann können wir auch das vielleicht irgendwann mal upgraden. Also hier. Das ist nicht hier Gold. Das wird eine Hardtunis. So. Was brauchen wir hier überhaupt? Mine. Bauen wir mal eine Mine. Ah, da brauche ich diesen Honorscheiß. Okay. Das geht sogar noch gar nicht. Ja, ich brauche Holz einfach. Jetzt stehe ich hier an und kann nichts machen. Das ist jetzt blöd. So. Holt euch Holz. Und büßt. Turbo, Jungs. Oh, scheiße. Ich brauche so viel Holz. Was soll denn das? Das ist ja nicht mehr da. Ich fühle mich schon wie ein Holzfäller, ey. Ich brauche noch mehr Holz hier. Das geht hier raus. So. Jetzt mach das weg hier. Und dann gleich Holz holen. Turbo Booster. Noch mehr Holz. Das müssen wir so weg. Das können wir eh nicht reparieren. Wir können das nehmen. Wir können das weg. Und wir brauchen Holz. So, Essen habe ich genug. Das kann ich echt nicht brauchen, Essen. Was braucht man da? Holz und Monor. Okay. Ähm. Das können wir reparieren. So. Hier holen wir uns gleich wieder Holz. Das läuft. Das läuft. Das läuft. Ähm. Das müssen wir so auch weg. So. Jetzt kriege ich das endlich. Was ist mit dir? Hanna. Oder kriege ich ein Teil? Okay. Warte mal. Eine Mine soll man ja bauen, ne? Schönen Sie sich. Das müsste doch ausgehen. Oh. Ihr habt zu wenig Holz. So ein Dreck. Das ist schon mistig hier. Bisschen. Der Level ist giftig. Also hier. Was ist denn? Das wäre schwierig hier. Oh. Das können wir nur nehmen. Da ist auch Holz. Ich döde. So. Jetzt kriege ich jetzt endlich eine scheiß Miene. Komm schon. Jawohl. So. Hier kriegen wir jetzt eine Miene. Wer weiß, was ich da rauskriege. Steine anscheinend. Oder was auch immer. Wir nehmen das hier. So. Wir nehmen jetzt einen dritten Worker. Ja. Geld kriegen wir. Supi. Dupi. Na dann. Geht mal ernten hier. Money gibt's. Was ist das da? Das grüne Zeug. Da läuft. Wie kriege ich das wieder? Durch Wind oder was? Okay. Wind treibt hier Geld rein. Das ist offensichtlich was Windiges. So. Das. Dann holen wir das. Ein bisschen Holz auch noch. Und dann machen wir hier weiter. So. So. Wir können das hier reparieren. Das ist mit dir. Was willst du denn? Jetzt müssen wir mal schauen, was der Windes interessiert mich. Ja. Das geht. Der will Honor. Ne. Honor kriegen wir. So. Honor kriegen wir. So. Hier ist nur was zum Futtern. Langsam kommen wir klar hier. Das Loch wird weg. Holz. Was wir hier bauen, weiß ich nicht. Ich lass das mal. Oder weißt du was? Wir bauen hier was zum Futtern. Kriege ich schneller Futter. Das nehmen wir. Äh. Holz brauchen wir schon wieder. Von dem Holz echt nicht klar, he. Das können wir erst machen, wenn ich das hier hab. Genau. Das können wir machen. Das können wir. Nöt machen. Scheiße. Das können wir machen. Wieso können ich das nicht machen? Achso. Mir fällt wieder Honor. Okay. Boah. Ich brauch so viel Holz hier, Mann. Kein scheiß Holzfäller da. Das kann ich auch nicht machen. Was willst du? Ja. Das geht. Das können wir machen. Und noch mehr Holz, Alter. Ich brauch hier so viel Holz. Wie normal. In die Erdbeere. Hol durchs Holz. So. Den können wir machen. Das Gold wird schwierig, aber es ist nicht vorbei. Es ist noch. Oh, scheiße. Das muss ich auch noch reparieren. Das habe ich vergessen. Hä? Wie kann man das reparieren? Rampe. Wieso kann ich das nicht reparieren? Hallo. Achso, scheiße. Braucht Geld. So, rüber da. Das können wir reparieren. Ähm. Ja, dann fehlt nur der. Und dann können wir da direkt drauf. Wir brauchen Holz. Okay, ich sehe schon. Was brauche ich? Holz und Geld. Das heißt, hier nochmal rein. Hallo? Geht da keiner rein? So, einer geht mal da hin. Wir brauchen nur mehr Holz. Ein bisschen Kohle. So, wie sieht es mit dem Holz aus? Holz habe ich genug, oder? Nein, scheiße. Nicht ganz. Boah, das wird knapp. Mit Holz. Äh. Mit Holz, meine. Komm, einmal Holz noch. Und dann haben wir es, Leute. Oh, rennen doch ein bisschen schneller. Ja, hier Gold schaffen ist Hardcore. Das muss natürlich auch fertig werden. Nein, klick an eine, ist ja nicht alles. So. Haben wir das jetzt? Da muss ich jetzt nochmal. Warte mal ein Pulke, Roller, Kuss. Hab ihn doch. Ah, lol. Wie kriege ich denn das? Ne? Also wir brauchen nur immer. Oh, ich brauche nochmal Gold. Also hier, wenn wir kein Gold kriegen, da werde ich höchstens nur Silber kriegen. Und man sieht ja, wie die Zeit gerade runter geht. Richtig dreckig. Oh, es geht sich nur immer nicht aus. Come on. So, jetzt aber. Oh. Alter, ich kriege Bronze zusammen. Ist das schlecht, Rüder. Ist das schlecht. Na, mit Bronze gehen wir uns nicht zufrieden. Da geht noch was. Da geht noch was. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss. Töni von Gameplay Deluxe. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018